Hallo und Willkommen zu diesem Video über die Zellen. Was ist eigentlich eine Zelle? Das möchte ich dir heute erklären. Und wie ist eine Zelle aufgebaut? Sind alle Zellen gleich oder gibt es verschiedene Zellen? Auch diese Fragen möchte ich dir in diesem Video beantworten. Besonderes Vorwissen brauchst du hierfür nicht. Wenn du aber schon mal verschiedene Dinge durch eine Lupe angeschaut hast, wirst du das Video noch leichter verstehen. Betrachten wir zum Beispiel das Blatt einer Pflanze mit einer Lupe. Wir können Furchen und kleine Erhebungen entdecken, die man so mit dem Auge nicht sieht. Mit einem Mikroskop können wir das Blatt noch viel genauer untersuchen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Diesen Venet Vielen Dank.